So, willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Wir sind wieder da und diesmal kümmern wir uns um die Mission von San Juan, denn hier muss auch noch einiges gefunden werden, unter anderem Dinge, die ausgegraben werden, acht Stück, die wir bisher noch nicht einmal gefunden haben. Wir haben sehr, sehr viele Dokumente, gerade auch im oberen Teil gefunden bei der Bibliothek und da sind noch weitere Dokumente hier in der Stadt, nämlich insgesamt 27. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Dinge erst später kommen, aber jetzt gehen wir erstmal zu dem Wolf, denn der Wolf ist der böse, der böse, böse Wolf, der frisst die kleinen Kinder und wir fressen ihn. Moment. Na, wo bist du, Wölfchen? Der wird garantiert wieder mit ganz, ganz vielen Leuten auf uns zukommen. Verblasste Schrift, eine Schriftrolle. Nein, wirklich? Heieiei. So, wo seid ihr? Ich hol schon mal die andere Waffe raus. Links. Da ist auch was vergraben. Du kannst doch nicht einfach so auf mich schießen. Tust du nicht, aber ich tue es. So, her damit. Ja. Damit haben wir den bösen Wolf getötet. War das der böse Wolf? Ich glaube noch nicht. Aber hier ist auch so einer. Das heißt, das waren noch gar nicht die bösen Wölfe, wa? Doch, das ist der Böse Wolf. Der andere hatte nur eine andere Farbe. Sehr schön zu wissen. Hier können wir noch was ausgraben. Hier gibt es garantiert auch noch mehr. Bitte lass es noch irgendwo blinken. Ich will noch mehr ausgraben. Und ich will noch mehr haben. Oh, ich bin ein richtiger Tomb Raider. Sehr schön. Da gibt es auf jeden Fall noch ein Dokument. Irgendwo an der Seite. Weiter hinten, weiter links. Okay. Da gehen wir jetzt erst mal hin. Den Wölfen haben wir soweit den Gar ausgemacht. Komm mal her, Käferchen. Ich muss noch alle Käfer sammeln. Das dauert noch eine Weile, bis ich alle habe. Und hier geht es weiter. Oder auch nicht. Da muss es weitergehen. Na, no. Also wenn ich hier stehe, dann muss hier irgendwo das Dokument sein. Warte mal, ich lasse es mir mal anzeigen. Da drin. Definitiv da drin. Das heißt, ich muss hier irgendwie rein. Ich kann zwar reingucken, aber mehr ist da nicht. Okay. Da muss ich auf andere Weise versuchen, reinzukommen. Frage ist, wie? Es muss einen Rundweg geben. Aber es gibt keinen Eingang dorthin. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nachdenken. Dieses Kreuz hat irgendetwas zu bedeuten. Vielleicht, wenn wir da durchgucken, dass wir einen Eingang sehen. Ich glaube nicht. Wir machen es mal anders. Okay, es funktioniert nicht. Auch X drücken funktioniert nicht. Dann kann ich nur nachladen. Aber irgendwie kommt man da rein. Auf irgendeine Weise. Tja, Leute. Das ist San Juan. Die Mission von San Juan. Wir haben den Wolfskönig getötet. Und töten auch den Rest, der sich hier noch irgendwo umher tummelt. Kommt schon. So, dann müssen wir noch die Fahnen finden. Die wir hissen sollen. Die sollen alle aber in der Nähe der Stadt sein. Wir laufen jetzt im Moment da ist doch eine Krypta, oder was? Da müssen wir noch irgendwie hinkommen. Wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Eingang. Direkt beim Wasser. Da müssen wir mal dem Wasser folgen. Wer bist du? Was machst du hier? Darfst du überhaupt sein? Ich glaube nicht. Guck mal, hier können wir sogar noch eine Linie rüberziehen. Oh, und da ist auch noch was Besonderes. Aufmachen. Sofort. Achso. X drücken. Völlig vergessen. So, dann schießen wir erstmal das Teil rüber. Können jederzeit wieder zurück. Auf geht's. Hallo, ihr beiden. Ihr seid ja süß. Ja, seid ihr süß. Seid ihr süß. Mitnehmen. Altes Buch. Ein Gebetsbuch. Danke dafür. 25 Erfahrungspunkte zusätzlich. Hier ist noch eine der Flaggen, die wir hissen müssen. Zack. Und wieder 10 Erfahrungspunkte. Sehr nice. Meine Güte, ihr geht mit tierisch auf die Nerven. So. Getötet. Ich hoffe, ihr zählt auch als Kleinstlebewesen. Denn ich soll ja noch ganz viele sammeln für ein Achievement bei Steam. Deswegen will ich sie alle haben. I gotta catch them all. Pokémon. So, wieder rüber. Obwohl, brauchen wir gar nicht, ne? Hier geht's ja nicht sonderlich weiter, oder? Dann machen wir trotzdem. Vielleicht geht's hier zum Dokument. Das könnte auch sein. Okay, hier komme ich nicht drüber. Warte mal. Wenn ich von dort aus runterrutsche, das heißt, es muss irgendwie einen Weg geben, nicht durch die Wolfshöhle, sondern von woanders, dann hier hin zurück. Dann muss ich durch eine Krypta durch. Aber ich komme nicht durchs Wasser, also muss ich versuchen, hinten rumzulaufen. Gott, ist das kompliziert. Aber wir kriegen das hin. Meine Güte, seid ruhig. Irgendwas knurrt hier und das gefällt mir gar nicht. Sie scheint auch schon bereit zu sein. Sie will kämpfen. Was ist das? Das ist doch ein Reh oder sowas. Aber Rehe kämpfen doch nicht. Da bist du. Ach, verdammt. Gott, einmal geheilt. Ich sehe überhaupt nichts, aber wir treffen ihn. Und er verschwindet, aber nicht weit genug weg. Oh, du bist noch gar nicht tot. Jetzt bist du tot. Wow. Ein besonderes Fell, nur für uns. Und er hat einige Viecher getötet, die eigentlich gar nicht hier existieren sollten. Also er sollte hier nicht existieren. Die Viecher sind gar nicht mehr da. Da sind sie. Oh, keine Pfeile mehr. Mal schnell welche nachmachen. Natürlich. Das Vieh verschwindet einfach. Ich brauche mal wieder Holz. Habt ihr irgendwo Holz gesehen? Da. Her damit. So, dann können wir gleich noch ein paar Pfeile machen. So, dann sind wir jetzt bei 14. Da ist das Vieh wieder. Und das war's. Ein Schuss in den Herz. Äh, in den Herz. Ja, in das Herz. Und es ist vorbei. Oh, man merkt, dass ich lange Let's Played hab. Ohne Pause. Das hätte nicht sein dürfen. So, ich will euch eigentlich gar nicht töten. Ihr seid mir relativ egal. Ich will bloß irgendwie zu der Krypta, die dort unten sein soll. Das heißt, wir laufen jetzt hier einfach mal weiter. In der Hoffnung, noch das ein oder andere zu finden. Von hier sind wir gekommen. Herausforderungsgrab. Was hier soll ein Herausforderungsgrab sein? Uh. Vielleicht finden wir hier auch noch eine Karte. Das wäre schön. Neues Basislager entdeckt. Vorher nehme ich das Relikt mit. Eine Darstellung von Johannes, dem Theologen. Wow. Danke. Da ist eine Karte. Die habe ich gesucht. Oh je. Und es gibt noch sehr, sehr viel zu holen. Auch hier ist noch ein Relikt. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich dort hinkommen soll. Das wird wahrscheinlich von dieser Seite aus erreichbar sein. Machen wir später. Gucken wir uns erst mal das Grab an sich an. Die Hügel leben. Ein Auszug aus einer umfangreichen Schrift. Bla. Okay, weiter. Es gibt noch weitaus mehr zu sammeln. Käfer. Sachen. Das da. Weg. Und rein ins Vergnügen. Ja, ne. Das ist nicht so gesund. Hier einfach sich runterfallen zu lassen. Machen wir auf andere Weise. Okay. Käfer. Wow. Unbekanntes Gebiet. Herausforderungsgrab. Ja, das weiß ich schon. Dass wir in einem drin sind. Und wieder ein Bonfire. Was soll denn das? Das ist Blödsinn. Ich meine, nice to have. Ja. Schön. Wir haben wieder Mumm gelernt. Gehen noch ein bisschen weiter. Am interessanten fand ich immer noch diesen Kreuzzug, den wir nachahmen mussten. Der war geil. Der war cool. Von hier bin ich gekommen. Ah, hier geht's runter. Okay. So, schön. Und jetzt schwingen, schwingen, schwingen. So, ist gut. Ja. Sehe ich genauso. Ich habe natürlich nicht mehr viel Muni dabei. Nehmen wir erstmal die Pistole. Okay. Bisher ist es noch ganz ruhig. Pfeile. Ja, nehme ich gerne. Dankeschön. Auch Stoffe und Öl. Feuerpfeil herstellen. Okay. Das wird wichtig sein. Gut. Dann kann ich jetzt hier hoch. Ohne zu vergiftet zu werden. Riecht wie faule Eier. Schwefel. Ja, gut erkannt. Schwefel riecht wie faule Eier. Püppi, du bist ja ein Intelligenzbolzen. Muss ich bloß einmal gucken. Wir kommen jetzt langsam in die Richtung, wo sehr viele Relikte und sowas alles sein soll. Meine Güte, dieser olle Adlerblick, der geht mir manchmal auf die Nerven, weil der nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Okay, hier ist aber kein Relikt in der Nähe. Die sind eher weiter hinten. Hopp. Hier ist noch was. Und hier haben wir eine Mechanik. Dann strömt jetzt Gas aus. Okay. Hier ist nichts weiter. Kein Relikt, kein gar nichts. Wir sollen direkt auf eins zulaufen. Aber ich habe auch schon eins verpasst. Und da ist auch noch was vergraben. So, wir könnten uns jetzt hier runterlassen. Machen wir auch einfach. Komm hoch. Gleich kommen die anderen Viecher wieder, die wir neulich getroffen haben, als wir die, den Schlangenschlüssel geholt haben. Oh Mann, ey. Die mag ich überhaupt nicht. Aber gut, wer fragt mich schon. Jetzt sind wir wieder hinter einem Relikt. Das kann doch nicht sein. Dass wir ständig alles verpassen. Da oben muss das Relikt sein. Das heißt, wir können von dort aus, dorthin, kommen also auf dem Rückweg dran vorbei. Gehen wir jetzt erstmal... Da unten ist er. Der Gollum. Ja, die warten nur auf uns. Da muss ich rüber. Die sind überall, wo heilige Gräber sind. Das ist total doof. Okay, alles mitnehmen. Da unten ist nichts. Okay, und auch sonst ist hier nirgendwo etwas. Jede Menge Ressourcen, die wir mitnehmen können. Aber das war es auch. Oh, ich trau mich gar nicht runter. Okay. Das ist auch noch Öl. Schwarzpulver. Ich wünschte, ich könnte besondere Muni herstellen. Aber herstellen von solchen... Solche einer Muni geht nicht. Oha. Das kann ja lustig werden. Ich muss auf diese Plattform. Ja, wir nehmen Pfeile mit. Okay, sind voll. Auf die Plattform kommen wir rauf. Das ist nicht unbedingt das Problem. Ich muss zwar erstmal gucken, aber das kriegen wir hin. So, wir sehen hier die Möglichkeit, mit einem Seil irgendwas runter zu lassen. Dann haben wir das da vorne noch, was Gas ausströmt. Das werden wir jetzt erstmal beschießen. Achso. Pfeile nachmachen. Wow. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so schnell abgeht, das Ding. Geil. Okay, nehmen wir das Zeug mal wieder mit. Wir werden es brauchen. Können wir nebenbei schon mal Pfeile herstellen. Oder auch nicht. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Sehr nice. Da können wir nachher wieder zurück. Das nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit, was hier rumliegt. Ein Medikit, ja. Das werden wir gebrauchen können. Du sollst eine Explosion bekommen, Baby. Aber erstmal schauen wir uns noch weiter um. Hier kommen gleich die bösen Viecher. Sonst gäbe es diese Gaskanone hier nicht. Äh, Maschinengewehr. Wo seid ihr? Ich brauche eine Explosion. Jetzt nicht. Wir nehmen das Relikt mit. Die Pfeile. Jetzt. Vielen Dank.